Meine Damen und Herren, ich rufe Tagesordnungspunkt 11 auf und freue mich, dass wieder jemand anders reden darf. Die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Neufassung der hessischen Bauordnung und zur Änderung der Landesplanung... Es fehlt noch etwas. Entschuldigung. Ich habe geblättert und es auch gefunden. Danke für den Hinweis. Ich rufe Tagesordnungspunkt 71 auf. Die Nachwahl eines stellvertretenden Mitglieds im Hauptausschuss mit Ablauf des 31. Oktober 2017 hat Herr Hans-Jürgen Irmer auf sein Mandat als Abgeordneter des Hessischen Landtags verzichtet. Somit scheiterte er als stellvertretendes Mitglied aus dem Hauptausschuss aus. Nach § 6 Abs. 2 unserer Geschäftsordnung werden die ordentlichen sowie alle stellvertretenden Mitglieder des Hauptausschusses durch den Hessischen Landtag gewählt. Nachdem die Fraktion der CDU den Wahlvorschlag mit der Drucksache Drucksache 19-5375 zurückgezogen hat, schlägt sie nun mit der Drucksache 19-5422 aus. 19 Herrn Abg. Heiko Kasseckert als stellvertretendes Mitglied vor. Wieder widerspricht niemand der Wahl durch Handzeichen. Deswegen bitte ich darum, wer dem Wahlvorschlag zustimmt, um das Handzeichen. Das ist das gesamte Haus. Damit stelle ich fest, dass Herr Abg. Heiko Kasseckert als stellvertretendes Mitglied im Hauptausschuss gewählt wurde. Ich entschuldige mich noch einmal, dass ich den Tagesordnungspunkt 71 erst einmal übersehen habe. Herr Gäste nouveaux Landtag! ...